Musik Jo, ein Halli Hallöchen, hier ist euer Vinny mit World of Warships Legends Ein Gameplay zu den britischen Arthur Lane Kapitänin oder Kapitänin Die Queen Elizabeth Queen Elizabeth ist eigentlich im Prinzip genau dasselbe wie der Kapitän den es als Standort gibt Ähm, 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 der Charles Madden Äh, ne, nur halt als Arthur Lane und hat eine andere Basisfähigkeit Wir werden uns jetzt diesen Kapitän auf jeden Fall angucken Und werden dann auf jeden Fall auch einzelne Skillmöglichkeiten wieder durchgehen Wie gesagt, auch da genau dasselbe wie bei Charles Madden Äh, Sekundärkapitän, nur die Queen Elizabeth hat einen Unterschied Und zwar ist das hier die Basisfähigkeit Befehl der Königin Ladezeit der Hauptgeschütze des Schlachtschiffs Minus 1,2% Dann AP-Schaden der Schlachtschiff-Hauptgeschütze Plus 1,2% Granatengruppierung der Hauptgeschütze des Schlachtschiffs Plus 1,2% Deswegen kann man die Queen Elizabeth nicht für die Kreuzer nehmen Deswegen habe ich sie auch tatsächlich komplett für die, äh, ähm, britischen Schlachtschiffe genommen Als Secondär, wir hatten ja in den letzten zwei Gameplays Einmal den Charles Madden für die Kreuzer Support und Überleben Und dann als Schlachtschiff Und das wäre natürlich halt hier nur für Schlachtschiffe Und deswegen habe ich halt die Queen Elizabeth genommen Genau, als nächstes hätten wir hier die Inspiration Habe ich Franz von Hipper drin Erhöht die Reichweite und Granatengruppierung der Secondärbatterie Plus 15% Und Granatengruppierung der Secondärbatterie Plus 5% Als zweite Inspiration die Fuso-Kapitänen Brandwahrscheinlichkeit der HE-Granaten Plus 2,4% Wer die Fuso-Kapitäne nicht hat Ist tatsächlich zu empfehlen Den Hans Geisler zu nehmen Ladezeit der Secondärbatterie Minus 5,1% Da kann man so ungefähr das, sag ich mal Zu der Brandwahrscheinlichkeit wieder ausgleichen Weil natürlich dann eure Secondär schneller wieder schießen tut Und ihr natürlich dann auch eure Brandwahrscheinlichkeit erhöht Wie gesagt, das ist nur wenn ihr diese Fuso-Kapitäne nicht habt Ansonsten könnte man auch noch die neue Kapitäne in Haruna nehmen Reichweite der Secondärbatterie plus 4% Und Streuung der Secondärbatterie minus 12% Natürlich ist es dann mit der Brandwahrscheinlichkeit nicht mehr so Dass man die, sag ich mal Wenn man jetzt die Fuso hat, die 2,4% Oder mit den Verkürzten Nachladezeit der Secondärbatterie Dass man da auch so Also einen geringeren Anteil hat Die ist dann halt genauer Und sie treffen halt mehr Wie gesagt, ich schläge da halt Tatsächlich mehr Wert Auf die Brandwahrscheinlichkeit Beziehungsweise Kann man das Ganze auch so tun Dass man sagt Wenn man die Arsulein Graf Spee hat Dass man die drauf packt Wie gesagt, das ist natürlich dann Jeden selbst überlassen Der eine kommt mit den Mit der Reparaturmannschaft aus Beziehungsweise mit den Leben wiederherstellen Der andere sagt Ja, ich hätte gern noch ein kleines bisschen mehr Dann macht man halt die Arsulein Graf Spee drauf Oder noch ein ganz anderer Ja Aber wie gesagt, wichtig ist Dass man halt einfach Die Brandwahrscheinlichkeit ausnutzt Bei den britischen Schlachtschiffen Wo man als Keiler spielt Oder als Überlebensgelung Um halt wirklich Weil die Briten nun einmal Eine bessere Brandwahrscheinlichkeit haben Wie alle anderen Sollte man die, wie gesagt Auch tatsächlich ausnutzen Und deswegen habe ich mich auch Dafür entschieden Natürlich haben wir dann hier Streithammel drinne Ladezeit Der Hauptgeschütze des Schlachtschiffes Minus 10% Erkennbarkeitsreichweite von Torpedos Plus 15% Und Reichweite der Hauptgeschütze des Schlachtschiffes Minus 10% Einmal Stachelschwein Reichweite der Sekundärbatterie Plus 6% Granatengruppierung der Sekundärbatterie Plus 8% Und Streuung der Sekundärbatterie Minus 12% Hier haben wir dann noch Himmelswache Dauer des Aufklärers Dauer des Aufklärers Plus 15% Aufklärerladung Plus 1% Na wie gesagt Das fällt auf jeden Fall Für mich raus Ich finde auf jeden Fall Das Stachelschwein dann besser Und mit der Sekundär zu spielen Also für meinen Spielstil Ist es auf jeden Fall In Ordnung Dann haben wir hier Feuerwehrmann Ladezeit Schadensbegrenzungssystem Minus 8% Risiko eines Brandes Ebenso minus 8% Und Wirkungsdauer Schadensbegrenzungsteam Minus 40% Als nächstes haben wir hier Mechanikermeister Ladezeit Reparaturmannschaft Minus 6% Menge der wiederhergestellten TP Plus 6% Ladung Reparaturmannschaft Plus 1 Beim nächsten Level Haben wir Plus 2 Und hier unten Natürlich auf jeden Fall Wille zum Wiederaufbau Natürlich müssen wir da gucken Dass ein Teammate da ist Dass wir auf jeden Fall Wille zum Wiederaufbau aktivieren Solltet ihr vielleicht Alleine spielen Kann man das Ganze auch Mit Scherenlauf Machen Das Problem ist einfach Bei Scherenlauf Wenn man auf Secondärgeskillt ist Es geht nur auf die Hauptgeschütze Und nicht auf die Secondärgeschütze Deswegen fällt es bei mir Auf jeden Fall raus Und ich bleibe auf jeden Fall Bei Wille Zum Wiederaufbau Ja Das auf jeden Fall Zu meiner Queen Elisabeth Von dieser Queen Elisabeth Habe ich tatsächlich Nur das eine Bild Und die bleibt bei mir Auf jeden Fall auch so Und werde da auf jeden Fall Auch nichts dran rumspielen Und habe da auch noch nichts Was ich jetzt sagen würde Das würde ich tatsächlich Weiterempfehlen Das Gute ist halt einfach Wenn man mehrere Kapitäne hat Dass man einfach Mehreres ausprobieren kann Man muss einfach auch dazu sagen Ich finde es schade Dass die Eventkapitäne Leider nur in den Eventkisten sind Und nicht in den normalen Kapitänskisten Was wirklich geil wäre Wenn man sagen würde Mit einer prozentiger Chance Sind die in den Kisten drin Und da kann man nicht sagen Sie sind nicht drin Sie sind auf jeden Fall drin Und wenn sie gering sind Selbst wenn sie 0,05% hätten Sie wären aber drin Ja Das auf jeden Fall dazu Und wie gesagt Habt Spaß mit der Queen Elisabeth Wer sie auf jeden Fall hat Ansonsten Wenn Fragen sind Sehr gerne Unter dem Gameplay Darunter schreiben Wird mich natürlich Über einen Daumen nach oben freuen Wenn es euch gefallen hat Natürlich auch einen Daumen nach unten Wen es nicht gefällt Würde ich aber bitten Dann sehr gerne Warum ihr Einen Daumen nach unten Damit man einfach Was verbessern kann Ähm Ja Und wer natürlich auch sonst Auf Twitch unterwegs ist Sehr gerne Könnt ihr auch Samstag Sonntag Sehr gerne auf Twitch kommen Alles oder nix Unterstrich TV Da bin ich eigentlich Jedes Wochenende am Stream Und ansonsten Wie gesagt Viel Spaß mit der Queen Elisabeth Viel Spaß mit den britischen Schlachtschiffen Ich bin an dieser Stelle raus Tschö mit Ö Bis zum nächsten Mal